Dieser Gru, das ist ja so ein bisschen einer, der auf der Suche ist. Und ich nehme den so ein bisschen an die Hand und führe ihn nicht nur durch die Handlung, sondern auch dahin, wo er hin will. Und das ist für mich das Sympathische. Dieser wilde Knöchelknacker ist ja im Grunde ein später Rock'n'Roller. Also ich habe da immer an den Robert Plant von Deep Purple gedacht, nee Quatsch, von Led Zeppelin ist er. Wie der da so da aus dem Nebel rauskommt, sieht er aus wie ein alter Rock'n'Roller mit seinem weißen Bart. Und inzwischen sehen die Classic Rock'er eben so aus, wie die Figur, die ich da darstelle. Diese Figur, die ich da darstelle, der hat einen guten Kern. Und die Bösen bleiben natürlich böse. Und die kriegen am Ende natürlich auch ihre verdiente Strafe. Aber ich mache ja diese Wandlung durch. Und ich bin offensichtlich auch in einem Alter, wo eine gewisse Reife dazukommt, wo man eben merkt, so geht es nicht, wie die wollen. Und dann kriegen die ihre Abreibung. Und mein Freund Gru, der sieht eben, wie es ausgeht, wenn man böse ist und böse bleibt. Ich neige ja zu einer gewissen Klugscheißerei. Aber wenn ich merke, ich mache irgendwas zum ersten Mal, dann höre ich auch auf den Regisseur. Und die wissen alle sehr gut, was sie tun. Und es ist eine unglaubliche technische Leistung, die die dafür bringen. Du siehst also ein Bild vor dir. Und dann sagt der Regisseur, zwei Bilder zurück, zwei Bilder vor, das schieben wir hin. Und dann, die sind ja von einer Perfektion, die ich nicht kenne. Also ich bin ich und ich mache, was ich denke. Aber hier sagen sie, nee, das hat noch ein bisschen geklappert. Und das war ein O-Laut. Und du hast ein A gemacht. Also diese Perfektion, die es in diesem Geschäft gibt, ist für mich neu. Und vor der habe ich großen Respekt. Alles, was du machst, das war immer meine Maxime, musst du mit ganzem Herzen machen. Also wenn du sagst, ich mache das jetzt mal, aber ich hänge mich da nicht richtig rein, dann wird nie was draus. Und nachdem mir die Figur sympathisch war und du musst etwas verstehen, du musst diese Figur verstehen können, um sie zu, ich imitiere sie ja nicht, aber um sie zu übersetzen, was anderes ist es ja nicht. Und das Vorbild war ja sehr gut. Die Amerikaner machen ja sowas toll. Und das amerikanische Original war perfekt. Ich habe das dann so ein bisschen imitiert und habe es natürlich auf meine Weise gemacht. Aber alles in allem muss man natürlich so nah am Original bleiben wie möglich. Die haben sich ja was dabei gedacht und es ist sehr perfekt gemacht. Es ist die Botschaft, dass erstens, was mir ja wichtig ist, alte Säcke immer noch was reißen. Also dieser Typ, der ja offensichtlich so ein bisschen hin- und hergerissen ist zwischen ich habe es hinter mir und es geht noch ein bisschen was, der ist mir natürlich sehr sympathisch. Und der Typ ist ein Rock'n'Roller, also der gibt nicht auf und ist auch lustig. Das ist ja das, was heute anders ist. Früher waren alte Menschen gebrechliche Wesen, die irgendwo sich aufgegeben hatten und die auch irgendwo am Leben keinen Spaß mehr gehabt haben. Der Typ hat Spaß, der kämpft, der hängt sich rein, der hat einen Plan und hat auch ein Ziel. Und das ist mir natürlich ähnlich. Insofern habe ich da eine gewisse Verwandtschaft gesehen. Ich war immer ein wilder Knöchelknacker mein ganzes Leben. Aber als ich angefangen habe, als ich ganz klein war, war ich noch ein Knödelkacker. Aber ansonsten hat sich das natürlich in der Zwischenzeit geändert. Und ich habe es auch immer krachen lassen, was ja auch wichtig ist. Also der lässt auch krachen. Und ich war ja auch nicht immer der brave Bube. Also ich habe natürlich auch schon mit einer gewissen Raffinesse die Ziele erreicht, die ich erreichen wollte. Das macht er ja genauso. Aber immer lustig dabei, immer fröhlich dabei. Und das sieht man ja auch bei ihm. Er will niemandem richtig schaden. Auch dieser Bankeinbruch, der ja nun unheimlich komisch ist, hat einfach dadurch, dass er so wahnsinnig ist, wie der da mit dem Kleinen die Bank marschiert und wie die das machen, dadurch verliert er jede Form von Brutalität, von Gemeinheit. Also der Spaß überwiegt bei der ganzen Veranstaltung. Und ich habe diesen Film, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, eben einfach als lustig empfunden. Und es ist ja heute noch kaum was lustig. Teilweise ist es stressig, teilweise ist es brutal, aber lustig ist immer weniger. Und der Film ist richtig lustig. Deswegen hat es mir Spaß gemacht. Es ist natürlich eine Pflicht für Menschen, die mit Kindern ins Kino wollen oder die mit Enkeln ins Kino wollen oder die eben selber jung geblieben sind. Und dann ist es einfach lustig. Und dann ist es einfach lustig. Und dann ist es einfach lustig.